Hemlim, meine Leute, du kommst zu dem Reaction-Video aka dem Breakdown vom dritten Resident Evil 4 Trailer. Und ja, ich würde sagen, keine Zeitverschwendung, sondern direkt losklicken, ne. Ich mach mal stumm, damit das jetzt nicht so stört. Und, und natürlich, ah ja, ich glaub die sind selber da. Hier sieht man auf jeden Fall Ashlighter hinten, nicht Aida wie im ersten Trailer, glaube ich. Und das ist auf jeden Fall eine komplett neue Location und wenn sie das, äh, Lian da langlaufen. Wir haben hier zwei Ganados, vielleicht sehen wir jetzt besser mal so hin, ne. Hacker muss ja professionell wirken. Und entweder ist das eine Statue oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall denke ich mal, das ist ein neuer Gegner. Und, ja, sieht interessant aus auf jeden Fall. Und das Blut ist on Master. Haben wir hier den Platz. Also ich hab ja, ich hab den Trailer schon mal gesehen. Ich, äh, runne hier ein bisschen durch, weil das letzte Reaction-Video kam eh nicht so gut an. Also hab ich mir gedacht, komm, runne ich mal ein bisschen schneller durch für euch, damit das ja auch nicht so lange dauert für euch. Hier ist auf jeden Fall der, ja, der Teil, wo man dann runterfällt in die Verliese, auf jeden Fall. Sieht auf jeden Fall viel dunkler aus und scarier. Und liegen auch so Leichen drin, also finde ich schon mal schöner. Und hier sieht man auf jeden Fall, trägt auf jeden Fall einen neuen Gegner-Type. Also das haben wir noch nie gesehen, dass ein Plager, ein Ausgewachsener an so einem Ganadus dranhängt. Und der dann, wie es aussieht, sich schneller bewegen kann. Finde ich sehr interessant. Und hier sieht man eine Cutscene, die man auch im Teil noch nicht gesehen hat. Hier ist dann halt wieder Ashley. Da ist Lord Settler und zwei der neuen Gegner-Typen. Und irgendwie, der Trailer sagt irgendwie ein bisschen sowas, dass man Ashley einmal versucht zu, ja, kann man das sagen halt, zu heilen. Aber es ist, glaube ich, nicht passiert, weil am Ende sagt er, this time it's gonna be different. Und ich finde, ich gehe nochmal zurück, ich finde, Settler sieht ein bisschen aus wie diese Eis-Typen von Game of Thrones irgendwie. Ich weiß auch nicht. Sieht auf jeden Fall jetzt nicht so geil aus. Aber Lian ist hier auch wieder sehr, sehr stark angeschlagen, wie ich finde. Und das ist sehr stark. Und hier sieht man nochmal, wie Ashley dann sich gegen Leon wendet, wegen dem Plager. Hat man auch noch nicht gesehen. Also im, 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 äh, richtigen Risen Evil 4. Und nicht im Remake. Aber ich finde, das Remake sieht zur Zeit echt gut aus. Hier sieht man dann die Aufzugsszene, die ja auch einfach eins, zwei, eins nachgearbeitet haben. Und neue Gegner, Mollets entweder, oder auch krank neue Gegner, aber sehen einfach aus wie ganz normalen Ganadas, die halt jetzt halt oben ohne rumlaufen und halt wirklich Tattoos haben. Finde ich auf jeden Fall geil, dass das halt so detailgetreu bleibt. Hier ist ein neuer Ort im Castle, würde ich halt sagen. Und gleich sieht man auch noch den Stufe 2 Klager, hier rauszugehen, der früher, wie man ja weiß, äh, Runniss gemacht hat. Ich wurde davon aber noch nie umgehört, also wusste ich eigentlich davon früher noch nichts. Aber hier kann man auf jeden Fall auch parieren mit dem Messer. Hier hinten habe ich auch gesehen, gibt's einen, gibt's, äh, Blue Medaillons. Da oben sogar noch eins. Also wieder halt die Challenge, wie die halt schon mal in einem Dev-Interview gesagt haben, das mit dem blauen Medaillons kommt halt öfter machbar und das sieht auf jeden Fall wieder stressig aus. Find ich ehrlich, ist eine stressige Szene. Hier sieht man Louis, der, denke ich mal, das Gegenmittel hat, das Heilmittel, ja. Der hat aber auch, entweder sind das seine männlichen Haare oder, das ist auch etwas vom Plager. Und, man sieht, Louis überlebt länger, aber nur länger, weil man sieht am Ende, kleiner Spoiler für, denke ich mal, das Remake, dass Chaucer ihn einfach umgebracht hat. Das haben die entweder gewollt so gemacht oder aus Versehen, ich weiß, also, ich denke mal, ja, aus Versehen. Und das ist jetzt dieser 2L Gigante-Fight mit dem Teil, wo man die dann in den Lava reinpacken kann. Ich finde, die sehen auf jeden Fall cooler aus als im Resident Evil 4. Der eine ist auch irgendwie so gepanzert und der hat seinen Lastflaggers auch schon aus dem Rücken raushängt, obwohl der nicht genockt ist. Also, entweder passiert das im zweiten Stage oder so oder man kann da direkt drauf schießen, ich weiß ja nicht, wie bei Lady Dimitrescu dann eher. Und, er hilft jetzt auch mit, zum Beispiel jetzt auch bei den Battle Assistant, die jetzt auch, zumindest eine davon wurde es confirmed, die gibt es also jetzt auch wieder. Da hilft er mit, also das ist so eine Art wie von Resident Evil 5 halt, ich hab jetzt den Namen vergessen. Und hier, jetzt Spoiler halt, sieht man das Messer, also, ich müsste so unten zeigen, ja, besser so, mit meiner Handcam. Da sieht man dieses Messer, ich kann auch eigentlich mit der Maus sagen, in dem Rücken von Lewis, also auf jeden Fall das Charaktermeute von Lewis. Entweder haben wir es wirklich einfach verkackt oder das sollte einfach uns auf eine falsche Ferse locken. Und, wie halt dann, Krauser, der doch jetzt im Remake ist und ich, wie alle anderen vermutet haben, nicht. Ja, sieht man ihn halt. Und ich finde, der sieht auf jeden Fall grimmiger und gefährlicher aus als im ersten Teil, also im Resident Evil 4. Und ich hoffe mal, die machen irgendwie mal was mit der Backstory von Revelations 2, glaube ich. Das sind einer der Filme, den Namen kenne ich aber wieder nicht, weil dieses dann, dieses Disclaiming is gonna be different könnte es auch noch heißen, wegen dem Revelations 2 Teil. Hier sieht man dann nochmal den Balltrower und was ich auch sehr geil finde, ist, wie diese, ach, fuck, wie diese Kerzen umfallen, das ist nicht so einzeln umfallen, das sieht echt sehr detailgetreu aus. Sieht man nochmal, wie dieser Typ hier, die gerade gewirkt hat, also das ist auch nochmal neu und den allerersten Suplex sieht man, auf jeden Fall sehr geil aus. Hier sieht man, wo einen Stalker-Enemy, einen Unsterblichen, mit der Passage, wo dann Ashley hier herumläuft, haben die auf jeden Fall auch erweitert, so wie es dann aussieht. Und Gruselier gemacht. Hier sieht man, dass man diese Dinger auch runtersnicken kann, das ist auch der große Wasserraum, der auch ein bisschen verändert wurde. Man kann jetzt von da aus runter und nicht da und da und dann ist hier noch ein bisschen was voll, aber auf jeden Fall, man erkennt das auf jeden Fall sehr stark wieder. Hier wurden anstatt Kurbeln jetzt so Dinger ausgetauscht und da hat man auf jeden Fall schon eine andere Sniper. Sieht ein bisschen aus wie die SAB-50 von, ich glaube, die Team Modern Warfare, ich weiß nicht den richtigen Namen, ich bin kein Amerikaner, sorry. Aber man sieht gleich auf jeden Fall noch einen anderen neuen Waffentyp, also nicht Waffentyp, sondern eine andere Waffe für eine SMG. Aber da kommen wir gleich noch rum. Und hier sieht man nochmal, dass Luis immer einen guten Spruch auflagert. Finde ich gut, dass sie den so als Combat Relief Charakter gemacht haben. Finde ich sehr geil. Hier sieht man nochmal das allererste Mal Island und auch mit dem Hubschrauber, Mike dem Hubschrauber. Und hier sieht man eine MP5, auf jeden Fall eine SMG, aber das sieht für mich sehr stark aus wie eine MP5, aber mit 5-Sieger Magazin. Ist ein bisschen viel für eine MP5, muss ich so sagen. Und hier sieht es sogar noch aus wie eine Art G36, aber mit einem längeren Lauf. Ich denke mal, das ist die Sniper. Sieht ein bisschen komisch aus, auf jeden Fall die G... die Kacke. Also das finde ich auf jeden Fall sehr nice, dass einfach, joa, das ganze Minen-Zeugs erstens mit Luis befahren wird. Und dass es einfach so komplett over the top Indiana Jones-mäßig einfach ist. Das hält überhaupt nicht realistisch, aber das sieht auf jeden Fall spaßiger aus als, ja, man hat da so drei Minecarts. Und da muss man irgendwie versuchen, das hinzukriegen. Sieht man nochmal Krauser, das... äh, nicht Krauser, äh, Settler, sorry. Und was auch immer das sein wird, das ist vielleicht das Beehive von den, äh, Degandai, ihr wisst, was ich meine. Und als allererstes sieht man jetzt den Garados, hoffentlich so ist der. Und auf jeden Fall die W870, die gibt es also auch jetzt auch wieder. Sieht ein bisschen aus wie eine XM-1014 von, glaub ich, äh, Francisco. Aber den Ort kennt man, glaub ich, auch nicht. Und diese Vah sieht ein bisschen aus, als wäre die von... Risingville Village, ja. Und irgendwie dieses Torture-Zeugs, auch ein bisschen aus wie von Risingville Village. Bisschen Revious Assets, ne. Das sieht sehr geil aus. Und das, äh, ja, das, ach, fuck, sorry. Äh, das sieht ein bisschen aus, als wäre das im Island, ja. Wo wir dann vielleicht Ashley küren wollten. Ist halt aber nicht geklappt, dann müssen wir nochmal woanders hin. Hier sieht man den Krauser-Messer-Kampf, der sehr geil ge-remaked würde sogar. Nochmal ein paar andere Cutscenes. Hier ist das ein bisschen Jurassic Park-mäßig, würd ich sogar sagen. Weil sonst waren die ja versteinert, die Lastplages. Aber hier sind die jetzt in Bernstein, wie, ja, im Jurassic Park. Ja, ne nette Neuere, aber ja, mal gucken, wie das wird. Ada nochmal, die wir nur einmal kurz gesehen haben. Man hört auch einmal, die hat, glaub ich, die gleiche Sekonsprechung zum Beispiel im Englischen, wie beim Remake von Resident Evil 2. Hier ist nochmal eine andere Szene, wo, äh, wir werden wieder vom Lager infiziert. Also, wieder übernommen wird, so ein bisschen. Und die Norvista, so heißen die Dinger. Und jetzt kommt dieses, äh, this time it's gonna be different. Hier sehen sie beide auf jeden Fall sehr schlecht aus. Sehr anders als wie, äh, beim Vorgäng, also beim richtigen Resident Evil 4. Weil, hier ist ja, glaub ich, der Laborraum, wo die es dann rausbekommen. Und, da waren ja alle gut, aber, das sieht jetzt so ein bisschen komisch aus. Also, vielleicht, vielleicht wird das einen einfach komplett riesig und deswegen zeigen wir noch nichts. Das nehmen wir 4, dann zeigen wir noch den Merchneries, äh, Merchneries Modus. Und ne Demo. Und es kommen Gerüchte auf, dass das nur für die PS4 und PS5 kommt. Dann kann ich da eine für euch nicht aufnehmen, aber ich kann spielen auf jeden Fall, weil ich hab ne PS4. Und dann kann ich, äh, euch sagen, wie ich's fande. Aber jetzt könnte ich erstmal sagen, wie ihr, ich hab jetzt wieder geöffnet, ich kacke. Ich, ich dummkopf. Aber jetzt könnte ich auf jeden Fall erstmal sagen, wie ihr, die, ja, den Trailer fand. Ich fand den auf jeden Fall sehr geil. Ich hab den nachts nochmal gesehen, weil ich einfach die State of Play verpasst hab. Aber, ja, sieht auf jeden Fall sehr geil aus alles. Dass Louis halt wieder länger bleibt. Aber der stirbt halt, denke ich mal, wenn es jetzt keine Falschschwerte ist. Wie immer, aber gerne. Dankeschön und ciao, Leute.